Musik Heute im aktuellen Sportstudio Traumhaft! Deutsche Schwimmer auf der Erfolgswelle bei der EM Albtraum! Der Toursieger gedopt! Experten diskutieren die Konsequenzen Traumfinale! Bremen-Bayern eine Woche vor Ligastart Traumduo, Rangnick und Peters und ihre Pläne mit der TSG Hoffenheim Es begrüßt sie Katrin Müller-Hohenstein Applaus Einen schönen Samstagabend Ihnen zu Hause Herzlich Willkommen natürlich auch hier im Studio zum aktuellen Sportstudio Hallo! Applaus Das aktuelle Sportstudio 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 Das aktuelle Sportstudio